Ja, liebe YouTube-Freunde, wo steht da der Bauerhaus hier heute Sonntag? Fast 15 Uhr im Steinbruch, im Krauchtal im Steinbruch, Sandsteinbruch. Man sieht es. Hier wurden all die Sandsteinquader geholt, um die Häuser bei uns zu bauen. Unser Wohnstock, der da um 1800 gebaut wurde, ist auch mit solchen Sandsteinquadern aufgebaut worden. So, da sind die Sandsteinquader verbaut bei unserem Wohnstock. Ja, und was macht jetzt da die Bauerhaus? Die geht in das Schwimmbad von meiner Mutter. Jawohl. So, die Bauerhausen geht das erste Mal baden im 2016, 17. Juli. So, hoffentlich fällt mir dann das iPhone nicht ins Wasser, wenn ich da reinsteige. Ich glaube, ich kann das nicht filmen, wenn ich da reinsteige. Ja, ist das ein Kaupeilat. Ich kann noch nicht ab. 18 Grad. Boah. Oder bin ich? Das war in den letzten Tagen kalt hier. Darum ist auch das Wasser wieder kalt geworden. Zu kalt für den Bauerhaus. So, wenn man einmal drin ist, geht es und meine Tochter nebenan sagt, es ist 22 Grad. Ja, auf jeden Fall über 20 Grad. Es fühlte sich nur ganz kalt an. Aber jetzt ist es gut, wenn wir drin sind. So, das war jetzt erfrischend. Eigentlich ein imposantes Haus. Und alles mit Sandstein gebaut. Gell Stefanie? Immer wieder steaks hin. Es ist immer noch kein Sinn. So, dann wird den Bauerhaus noch nicht so ge cént. Das war jetzt der Meer, der dritte Übermittlung ist. Dann können wir wieder auf den Bauerhaus und den Bauerhaus mal verrollen.